Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play WoW Folge 82. Wir machen direkt weiter wo wir aufgehört haben. Nämlich die Quest hier. Gordwag scheint euch zuzunecken. Setzt euch. Bestraft bestraft den Thronräuber. Oh Gott. Wartet kurz. Jetzt kann ich es auch wieder lesen. Ihr werdet ihn finden. Folgt Fahrt aus Erde. Zuerst bringt gequälte Erdgeister zur Ruhe. Müssen wieder schlafen. Gordwag schlägt mit seiner Faust auf den Boden. Und schleudert voll die kriechende Erde nach oben. Müssen schlafen. Gordwag zeigt nach Südosten. Sucht Geister in Nähe von Bergen. Nähe von Hügeln. Nähe von Erde. Bringt zur Ruhe. Telari Becken Südosten. Jetzt haben wir hier eine kleine Menge Aufgaben. Wir machen erst die hier, dann die hier. Äh, 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 so. Ja. Ist jetzt schon wieder eine ganz schöne, lange Zeit her, seitdem ich, äh... Mache. Ist schon eine, äh, lange Zeit her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Warte. Und ja. Hat jetzt aber tatsächlich mehr damit zu tun, dass ich, äh, meinen anderen... Dass ich mir jetzt einen Trotusritter erstellt habe und der jetzt, äh... Kurz vor der Aufnahme tatsächlich, äh... In die Schattenhände gekommen ist. Was mich erfreut hat und... Okay. Keine drei Minuten drinnen in der Aufnahme und schon klingelt mir eine Tür. Das wird mal wieder perfekt. Von mir geplant. So, jetzt müssen wir hier Scheiße sammeln. Sich da... Ja, wir müssen Bohnen aus Scheiße sammeln. Na, super. Hm, hm, hm. Weiß nicht, jetzt schon einen Titel für die Folge. Ähm, ja. Wo war ich denn gerade? Ach ja, ähm... Der, äh... Die Leute, die, äh... Also während der Aufnahme... Äh... Die Leute, die mein Let's Play schauen, gerade bei, äh... Ich glaube, drei, vier Folgen noch haben sie noch vor sich. Äh, in der Höhlenfeuerzitter, dann sind sie endlich in den Zanger Marschen. Freut mich irgendwie ein bisschen. Das freut mich irgendwie ein bisschen. Aber das gibt mir halt auch ein bisschen Druck, die, äh... Die nächsten Folgen fertig zu machen. Also... Mit, äh... Thumbnets rein und, äh... In die richtige Playlist packen. Ja... Es gibt mehr... Oh, ich hab jetzt alles. Oh, voll Erde in der Tag. Okay. Hier war ein Skraber. Perfekt. So, jetzt müssen wir gleich ein paar gequälte Erdgeister töten. Für töten bin ich noch immer bereit. Ja... Ja, heute mal keine Facecam. Ich bin immer noch nicht im... Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich mit Facecam machen sollte. Vielleicht, wenn ich ein bisschen abgenommen habe und... Besseres Selbstbewusstsein habe, dann vielleicht, aber... Eher wahrscheinlich nicht. Vielleicht, wenn ich mal irgendwann streamen sollte, dann... Vielleicht, aber... Dafür müsste ich halt auch wieder streamen, ne? Glaubt die Cap'n auf bei... Hja... Oh Gott... Ich brauche ein Ziel. Man merkt, dass ich die Anhaltszeit Milie gespielt habe. Ich muss lernen. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich bin unsere Reichweite. Boah, dieses Gras. Also dieser Punkt hier. Der will halt auch, dass ich ihn hole. Aber. Also falls ihr euch wundert, warum ich jetzt momentan so schlecht spiele. Kommt davon, dass er jetzt eine lange Zeit nicht mehr gespielt hat. Also eine lange Zeit. Vielleicht anderthalb Wochen maximal. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ich muss lernen. Ich habe kein Ziel. So, jetzt zubst du bitte das jetzt an. Warum? Na geht doch. So, dann gehen wir als nächstes nachher unten hin. Und verderbter Finsterblut getötet. Verderber der Finsterblut. Ich kann nicht lesen. Aber gut, dass er der für mich gewinnt, dass ich ihn gelesen kann. Ich glaube, ich bin verarscht hier. Mir schaut doch Ikea dazu. Der größte Witz an diesen ganzen LP ist, dass ich glaube, dass mir jemand mal zuschauen könnte. LOL Ich muss zuerst etwas anvisieren. Mir fällt gerade mal auf, dass ich tatsächlich viele meiner Fähigkeiten ähnlich auf meine Tassaturen setze. Also was ich jetzt damit meine ist, so Fähigkeiten, die... Na, gleich, gleich, nein. Wenn wir fertig sind mit dem Kämpfen, ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nein, Idioten. Äh, ja. Was ich meine ist, ähm... Ich habe bei meinen, äh, Todesritter habe ich tatsächlich so gemacht, dass, äh, der hatte den tödlichen Stoß. Damit heilt er sich. Den habe ich auf der 2, dann habe ich mich auf der 1 und dann 3 habe ich, dann habe ich zwei Fähigkeiten, die ich halt immer abwechselnd einsetze. Hier oben habe ich dann jetzt da, wo mein Maus-Tagger ist, habe ich dann immer eine Fähigkeit, äh, die unterbricht. Die 4 ist, äh... Oh Gott, was waren die 4? Eigentlich müsste ich die 4 sogar tauschen. Äh, 4 ist halt der tödliche Griff, womit ich den halt, äh, womit ich halt die Gegner zu mir ziehe. Aber eigentlich müsste das, äh, solche oder so... Ach, keine Ahnung, man... Also ich habe, ich habe meine Leiste eigentlich recht ähnlich aufgebaut. Bei dem Charakter, aber das ist mir jetzt gerade erst einmal eingefallen, aufgefallen, ne? Das habe ich die ganze Zeit, äh, ohne be... ohne... ohne das zu wollen habe ich das gemacht, also... Die Regenerationen, die holen wir uns gerne doch. Die Regenerationen, die hier in der Mitte, die hier in der Mitte, die hier in der Mitte, die hier in der Mitte... Bye-bye! Was hat das denn angezeigt? Guck mal schon. Äh, äh... So, was machen wir denn jetzt? Gequälte Erdgeister töten. Hm, 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 hm. Wir werden gleich mal, äh, auf dieser Insel landen. Ähm... Gut. Gut, dann... So, wo wir wieder weg und gehen. Muss ich die töten oder so? Das war's für mich.